Weißt du was? Was? Ich hätte voll gern dieses neue iPhone 8 Plus, ne? Das ist total geil! Ich wünsch mir das so sehr! Was findest du daran so geil? Das juckt mich nicht! Das ist total scheiße! Wolltest du mir das Handy zu gehen haben? Das brauchst du nicht! Das ist total schrubt! Nee, ist es nicht! Das ist voll neu total! Nee! Was brauchst du nicht das, Alter? Das ist nicht so geil! Wo, Alter? Ja, also, Samsung ist eh bester Leben! Und kennst du schon die neue? Ja, Mann! Oh, ich find die ist voll übel wie mit Blumenkübel! Oh, ich mag die auch nicht, ey! Dein Handy ist runtergefallen! Scheiße! Nicht an! Oh, Mann! Ich sag ja, eh Samsung, eh bester Leben! Das Handy an! Jetzt brauch ich wirklich ein neues! Ja, wieso lässt du es denn noch fallen? Ist das gerade wirklich passiert? Hahaha! Hahaha! Oh, Mann! Wer hat die Flangen geschissen! Hahaha! Lass einfach weitergehen! Wow! Oh, krass! Guck mal! Ich bin angerufen! Oh! Ich bin angerufen! Oh! Scheiß Baum! Der Baum kann da nicht mehr! Oh! Scheiß Baum! Ich schwör, du wirst angerufen! Pssst! Hallo? Hey, hier ist Günther! Boah! Hi Günther! Guck mal! Das ist mein Freund, Alter! Okay! Was gibt's denn, hä? Ja, ähm, mein Vater bringt mir, dass ich mit dir zusammen bin, weil du heute in der Agiturie bist und so. Ja, und ich wollte jetzt Schluss machen. Tschüss! Was? Der hat gerade wirklich mit dir Schluss gemacht? Boah, dieses Schwein, hä? Ich kann das überhaupt nicht haben, hä? Ich hab den eh nicht geliebt, Alter! Der ist so scheiße, hä? Der war doch so wieder total dumm! Boah, ich hasse den! Alter, ich hab den wirklich... Weißt du was? Weißt du was? Weißt du was? Der ist messlich! Der ist messlich! Der ist messlich! Alter, meine Mama hat mir geschrieben, hä? Und wir haben in dem Lotto gewonnen, 2 Millionen Euro, hä? Alter, und ich darf alles kaufen, was ich will? Oh geil! Alter, wir haben in Lacko gewonnen. Dann kann ich mir endlich das neue Alfa nach Plus kaufen. Das ist ja richtig geil. Alter. Boah, ist ja bei uns doch gar nicht mehr so ganz schlimm, dass der jetzt gerade Schluss gemacht hat, oder? Ich liebe den immer noch. Ja, da kann ich ja nichts für. Dann darfst du das halt nicht. Boah, lass mich halt da. Ich werde wieder angerufen. Boah, von wem wirst du denn immer angerufen? Das ist schon gar nicht mehr toll. Ja, schön. Ey, kein Plan. Hallo? Ja, hallo, Papa! Papa. Was? Was ist mit Mama? Was? Ich wusste gerade schon wieder an das iPhone denken. Und das ist so geil, ne? So verdammt krass, hat geil, ne? Neues iPhone 8 Plus. Neues iPhone 8 Plus. Neues iPhone 8 Plus. Ja, neues iPhone 8 Plus. Neues iPhone 8 Plus. Wo hat er denn das Essen? Da, Alter! Wer war das gerade überhaupt? Dein Papa. Und was wollte der? Es ist egal. Ja, wollte der, dass du zu Essen kommst, oder was? Du bist. Modell. Ja, Garcia. Da, Moment. Wie ist das? Wie ist das? Ja, bitte. Hallo.